Perfekt! Jetzt möchte ich euch noch mal kurz die Besonderheiten der Formen zeigen. Der Luke hat heute die Regular an. Die ist hier im Oberschenkelbereich ein bisschen weiter und bequemer geschnitten. Genauso wie hier unten. Man sieht es schon hier, dass die Fußweite nicht ganz so eng ist. Patrick trägt heute die Skinny. Deutlich schlankerer Beinverlauf. Auch hier unten ist sie am Fuß deutlich schmaler geschnitten. Was man ganz gut hier auch sehen kann, ist, dass die Hose durch das besondere extra, dass wir immer bei M5 einen Rundbund verarbeiten, sich hier oberhalb des Gesäßes besonders gut an den Rücken anschmiegt. Ich selbst habe heute die Slim an. Das heißt, wir liegen so ein bisschen zwischen den beiden Formen. Schlank, aber nicht ganz so eng wie die Skinny. Auf alle Fälle, auch wenn ich ein bisschen außer Atem bin, seht ihr, dass man mit einer M5 jederzeit auch mal eine Runde Basketball spielen kann.